Hi Leute, Tim hier und wir machen natürlich dort weiter, wo wir aufhören mussten, wegen dem Bug, nenne ich es mal. Und anders als diesmal werde ich jetzt einfach nur geradeaus fahren. Mal gucken, wo wir dann hinkommen. Oh, hier ist doch die Nerzfarm, ne? Perfekt. Das ist die Frage, einfach mal zurück. Ich würde einfach mal sagen, wir fahren dahin, wo wir den Truck umgeworfen haben, in der Hoffnung, dass die da reinfahren. Perfekt, genau so habe ich mir das gedacht. Ja, und das ist doch schon unser... Boss, das war Nestors Schuld. Steigt schnell rein, ich habe einen Plan. Wir werden diese Korle-Göre aus ihrem Versteck locken. Mit einem Motorrad. Boss, sie hat doch schon eins. Ja, aber an diesem hat sie mit ihrem Vater gearbeitet. Ist so eine emotionale Sache, versucht nicht das zu verstehen. Jetzt beeilt euch. Okay, hier ist die Schanze, da können wir nicht weiter, gehe ich mal von aus. Können wir hier zurück. Ich werde mal ausprobieren. Und selbst wenn nicht, einfach geil Motorrad zu fahren. Irgendwann habe ich das Gefühl, diese Ausfahrten sind nutzlos. Ich würde einfach mal nicht reinfahren. Sondern einfach mal weiter. Na, jetzt habe ich mir gedacht. Wo auch immer der andere Wagen jetzt denn ist. Können wir hier mit was machen? Ich fasse nichts an, das keine Räder hat. Hm. Das ist eine Räder-Anti-Räder-Phobie. Könnte ich denn damit irgendwas aufbrechen? Na, war klar. Im Zweifelsfall geht immer die Brechstange. Warum habe ich das jetzt gemacht? Was ist das? Das ist ein Luftkissen-Gebläse. Kann ich das für meinen Truck? Für mein Auto verwenden? Mein Dingens? Tora? Tatsächlich. Sieht gut aus für ein gebrauchtes Teil. Ich glaube, damit kann ich nichts mehr machen. Ne. Ich steige mal wieder auf. So. Ach gut, hier ist wieder der Düngertruck. Ist hier noch irgendwas mit passiert? Das nenne ich Unfallgefahr. Okay. Das heißt, wir können weiter. Für heute hatte ich genug Gewicht heben. Könnte ich denn das nehmen? Vielleicht nehme ich mir ein bisschen. Das ist doch alles ein... Naja, egal. Nehmen wir mal etwas Dünger mit. Warum auch nicht? Okay, welche Richtung? Die oder die? Ich glaube, wir fahren mal die lang. Äh, nein. Du sollst da aufsteigen. Okay, das ist auch falsch. Ja, ich denke mal, ich fahre da irgendwie rein, wenn ich, ähm, nicht draufklicke. Ich fahre einfach mal hier weiter. Hinten war ja noch ein Ausgang. Ich versuche mal, ob wir da rauskommen. Genau, jetzt will ich hinten rechts raus, ob das geht. Nein, ich will mit dem Autofahrt fahren, warum auch immer du jedes Mal absteigst, mein Freund. Irgendwas sagt mir, die Brücke ist kaputt. 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 Okay, da geht es also nicht lang. Das heißt, wir müssen wohl doch in eine der Seitenstraßen rein. Ich glaube, ich speichere einfach mal lieber, bevor ich schon wieder abstürze. Wo speichere ich denn? Ach, man kann ja nicht speichern. Verdammt. Vielleicht muss ich erst mal absteigen einmal. Ich kann immer noch nicht speichern. Jetzt kann ich speichern. Perfekt. Wir werden dann einfach mal weiterfahren in diese Richtung. Nö, wir fahren einfach mal durch. Wo kommen wir denn, wenn wir immer weiterfahren? Wir müssen jetzt zu diesem... Genau, die Nerven zwar mal rankommen. Und weiter geht es wahrscheinlich nicht. Aber das Tor, kam ich denn da rein? Ich glaube, da kam ich nicht rein, ne? Ach ne, der braucht wieder drei Jahre, um da hinzulaufen. Komm, fahr weiter. Waren wir mal an der Seitenstraße. Vielleicht kommt man da weiter. Was war das denn jetzt? Aber ich bin wahrscheinlich zu weit nach rechts gefahren, oder so. Okay, das ist wahrscheinlich eine Bikerschlacht jetzt. Du aggressiver, kleine Wartel. Du bist mir... Ich schlag nie jemand mit Brille. Ah! 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 Ich habe nicht mal eine Lebensanzeige. Gar nichts. Okay, den einen haben wir. Wir kriegen Waffen von denen. Okay. Hi, mein Freund. Weißt du mich auch an, wenn ich nichts tue? Ich komme nicht dran. What? Why? Wer ist der nächste Biker? Ich glaube, die hatten wir schon, oder? Aber ist egal. Sag mal, ist das nicht ein zulassungswidriger Spezial-Treibstoff-Rückstoß-Booster der Zerstörer-Klasse? Ja, das ist einer. Ja, das ist einer. Tata! Okay. Wahrscheinlich müssen wir von denen die Sachen sammeln, diesen Booster, um da rüber zu kommen. Also die Kette haben wir schon mal, schätze ich mal. Ich weiß zwar nicht, wofür. Ich hasse Polecats. Du stirbst. Dieses Mal bleibst du unten. Ach, Mann. Ich kann den Dünger verwenden. Ich mache das jetzt einfach mal. Ich weiß doch nicht, ob er dann noch weg ist oder nicht. Ich weiß nicht, kann ja sein, dass wir den für irgendeinen Gegner brauchen. Zum Beispiel wie den gerade, der einfach weggefahren ist. So wie ihn hier. Probieren wir das einfach mal. Nö. Doch, komm schon. Okay, jetzt noch mal dieser eine Typ, der uns wahrscheinlich zum Abstützen bringen wird. Ich komme nicht dran. What? Why? Wofür kann ich dann gegen den kämpfen? Boah, ist das nervig gerade. Okay, hier ist noch einer. Den gebe ich jetzt. Frisch nie, Frau Schnecke. Okay, das bringt mir auch nichts. Ich bin gerade total confused. Wieso kann ich den nicht angreifen? Ist wieder der gleiche wie gerade. Klacken. Du hast keine Waffe mehr, oder? Doch, oder? Ich habe es damit. Okay, die Kette haben wir schon. Aber das braucht uns nichts. Ich brauche die anderen Sachen. Ich gehe noch einmal diesen Dicken da. Versuche ihn zu verprügeln. Was ist das hier? Okay. So, Spley-Nohse? Da drin sollten noch ein paar Boots übrig sein. Okay. Habe ich den jetzt gekriegt? Okay, den werde ich auf keinen Fall kriegen. Warten wir einfach mal, was passiert. Wahrscheinlich kann ich den ersten Mal angreifen, wenn er so guckt gerade. Ein bisschen mehr heran. Ich komme nicht dran. Ich komme nicht dran. Ähm. What? Der Öloffning ist geschissen. Geschmissen. Okay, ich glaube, wir brauchen das hier nicht. Das ist... Wahrscheinlich sind das nur Minigames oder so. Ich habe keine Ahnung. Wer ist das? Oh, ein Mädel. Hat die irgendwas gehabt? Nö. Sie hat gar nichts gehabt. Fangen wir mal raus hier. Das ist ja schade. Schade ist das hier. Fahren wir mal durch. Ich glaube... Ich wusste nicht, wohin wir gehen können. Fangen wir mal hin. Irgendwas müssen wir hier kriegen. Ich bin gerade nicht in der Lage, es zu finden. Okay, wieder ein rothaariger Biker. Oh mein goodness. Die hat ja richtig Power, diese Segel. Die will ich haben. Okay, den haben wir auch noch. Warum muss ich den Dünger nehmen? Ich probiere das jetzt nochmal aus. Ah, du kommst wegen der Nachhilfe. Oh, ist das schon alles, was du austeilen kannst? Okay. Irgendwie... Ja. Und schon wieder die mit der Säge. Du willst noch mehr? Du bist Feuerholzkumpel. Jetzt wollen wir dich mal fällen und deine Ringe schälen. Okay. Also, es ist Dünger die beste Waffe. Es sei denn, die Leute haben eine Brille auf, wahrscheinlich. Das kann es natürlich sein. So wie er. Hi, mein Freund. Einmal? Okay. Läuft doch. Es läuft. Schmerzen. Klingens. Dann werden wir die Motorsäge. Okay, die Kette haben wir auch. Ich habe keine Ahnung, wofür ich die Dinger sammle. Aber ich mache das einfach mal. Es fehlt ja nur noch dieses Speed-Teil. Aber ich glaube, das habe ich. Irgendwas fehlt noch. Ob ich den jetzt auch mit der Säge umlegen kann? Tatsächlich. Ich würde sagen, ich fahre gleich einmal raus und speichere. Das ist mir gerade ein bisschen zu blöd. Ich suche dann den Weg und mache das Let's Play danach weiter. Ich glaube, es ist mir gerade mal, là. Ich habe gerade sieh, die Säge umeger. Ich glaube, es ist mir 44, der Also sollte ich dean, wenn die Säge umsonstern sein. Ichcross michном. Oder wir uns um den Weg giben. Ich meine Sprach ein. Ich bin jetzt. das hebe ich mir für die old mine road auf so kriege ich dann die ganzen sachen also 50 prozent des spiels haben wir schon mal durch ich mache mal ihren cut und schau mal wie es weitergeht